So, wir sind im Stern-Level. Oh mein Gott, jetzt haben wir... Geil! Wie so ein alter Spielautomat. Jetzt kann ich mal die Fischdose essen, das wäre geil. Wieder von oben zu sehen, offensichtlich. Jetzt die Fischdose? Nee, immer noch nicht. Ich will die Fischdose haben. Was ist das? Fischdose? Na, noch nicht. Noch mehr Fischfood. Hier aber noch was Größeres. Erstmal den kleineren Kram. Ja, genau. Jetzt kann ich jetzt alles... Geil! So, so. Das noch. Das kriege ich noch nicht weg. Komm ich nochmal rechts vorbei? Ja, ich kann nochmal rechts vorbei. Wir haben hier die Fischdose und dann... Was war das eigentlich gerade? Keine Ahnung. Es ist interessant, dass ich auch die Dosen immer so gut schnicken lasse jetzt auf einmal. So, das kann ich jetzt essen. Das auch. Die Muschel. Das Ding. Jetzt dreht sich das Ganze. Das Ding kann ich noch nicht essen. Was da? Auch noch nicht. Okay, komm ich hier durch? Komm hier durch! Mein Gott, Freund! Äh... So, aber das... Die immer noch nicht. Ja, es kommt noch. Der Moment wird kommen. Was ist das denn? Ah! Krebs! Äh... 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 Angst. Aber kein Grund. Oh ja. Das schmeckt uns. Sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir eigentlich wieder hoch, oder? Genau! Das haben wir. Die können wir immer noch nicht essen. Möchte ich noch was vergessen? Äh... Ich muss noch was vergessen haben. Ach, da ist noch was. Sehr schön. So, wieder nach links. Da ich hier schon mal ruckgekommen bin. Jetzt greife ich. Okay, jetzt kann ich mir ganz leise lang pressen, aber... Doch, es klappt. So könnte ich nicht essen. Ich muss den Stuhl essen können. Äh, den Stuhl, den... Schuh. Jetzt geht er unten lang. Ja, komm. Komm, komm. Quäste ich da unten lang. Genau. Irgendwas habe ich vergessen. Was habe ich vergessen? Ich weiß es nicht. Kann ich vielleicht die Kleidekiste essen und die Große noch nicht? Wieso kann ich das wegschieben? Nö. Irgendwas fehlt da noch. Ja, aha. Hä? Was habe ich denn wieder verpasst? Das geht doch gar nicht. Hier habe ich alles. Ich kann daran nichts machen. Vielleicht kann ich den Schuh hier irgendwie wegschieben. Ja, komm mal unten durch, bitte. Na komm. Äh. Ja. Irgendwas mit den anderen Tasten. Nee. Was habe ich vergessen? Ach, hier habe ich durch. Habe ich die durch? Kann das sein? Das ist eine Lücke, oder? Da ist doch eine Lücke. Hier rechts seht ihr das nicht? Äh. Aber offenbar ist es falsch. Warte mal. Hier unten noch irgendwas vergessen, bestimmt. Ja, vielleicht war ich es mal richtig. Hier nicht. Wo man denkt, ist auch nichts. Also ganz ehrlich, ich sehe hier überhaupt nichts, was ich noch essen sollte. Gut, nochmal hier rein. Komm ich hier hoch? Nein, komme ich nicht. Ich komme hier auch nicht rein, was ein bisschen schade ist. Vielleicht muss ich ja nicht da früher reingesollt. Nochmal. Das ist sehr unangenehm. Ich glaube, ich muss ein Level nochmal neu starten. Äh. Nee, nicht ganz beenden. Na gut, dann bleiben wir halt dabei. Ich habe Angst, dass ich jetzt das Spiel beende, dass ich jetzt, dass er jetzt ganz beendet. Aber ich bin jetzt sicher, dass ich hier rein muss. Wahrscheinlich muss ich vorher hier rein und dann... Ach, das ist halt auch nicht. Warte mal. Komm ich hier vielleicht mit dem Stick hier rein? Nee, komm ich nicht. Gut, dann muss ich tatsächlich mal beenden drücken und hoffe, dass es funktioniert. Ja, ich bin aber im Spiel drin. Alles hervorragend. Das Ganze nochmal. Ist irgendwas im Schuh drin vielleicht? Nein. Nein, nein. Rechts sehe ich auch nichts mehr. So. Moment. Das Hammer, das Hammer, das Hammer. Genau. Ich darf nicht zu groß werden, Momentan. Ich will vorher noch hier rein. Genau, da will ich rein. Wieso geht das nicht hier rein? Ich kann euch nicht erzählen, dass es mir jetzt hier nicht reingeht. Okay. Nehmen wir erst mal das. Dann nochmal das Ganze und hoffen, dass ich alles mitbekomme. Irgendwas muss noch hier aus dem Bildschirm gesteuert worden sein oder so. Ich weiß es nicht. So. Das noch und das noch und das noch. Den Fisch kann ich schon essen. Nein, kann ich nicht. Milch oder nicht? Auch etwas auch nicht. Geh mal weg hier bitte. Danke. Das. Das. Das kann ich noch nicht essen. Da oben ist ein Stern. Was ist denn da? Da ist ein Stern auf sich. So, warte mal. Ich habe mal eine Milch. Äh, zwei Krebs haben wir hier. Und einen Fisch und irgendeine Truhe. Also vier Gegenstände. Warte mal. Die. Ich will auch ganz gern. Das noch nicht. So, warte mal. Eins. Okay. So viel sind hier nach vier. Ich habe hier vielleicht noch ein bisschen Kram rum. Habe ich schon gesehen. Da kommt es hier hoch. Hätte ich schon essen. Ja, kann ich. Sehr schön. Äh, dann bin ich hier runter. Irgendwas. Ich sehe nichts mehr. Okay. Jetzt soll es doch eigentlich klappen. Ach, jetzt klappt es. Ich habe keine Ahnung, was nicht. Stiefel habe ich gegessen. Alle Stiefel mit gegessen. Okay. So. So, 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 so. Das ist ein super geiles Level. Vor allem gefällt mir das sehr mit dem Bildschirm, der so dummer rum ist. Trink, Mobs, Blobotron. Ja, Silbermedaille habe ich schon. Neu-Medaille habe ich auch. Zack, zack, zack. Und Level abgeschlossen. 16.200 Punkte. Sehr schön. So, gefundene Freunde habe ich. Geschafft. Wundervoll. Ich habe sogar einen Zeitbonus bekommen. Und wir kommen ins Level 7. Das letzte Level der Stadt. So. Hallo, Mensch. Hallo, Ruhe. Wie geht es dir? Ach, habe ich nicht gestartet? Perfekt. Na gut. Aber möchte ich mich jetzt? Ne, 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 ne. Ach, ich komme nicht mehr hoch. Na gut. So viel zum Planen, dass ich vielleicht mal da hoch mich katapultiere. Aber offenbar nicht. Ah, na komm. So, festhalten. Abstoßen. 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 Gut, nochmal das Ganze. Oh Gott. So, ist besser. Kommt wieder hoch. Das ist ja, äh, schaffe ich das? Ja, so knapp. Einmal aufsetzen praktisch. Und das wäre jetzt ziemlich schwierig. Wenn auch, will ich wieder zurück. Weil ich diesen blöden Punkt haben möchte. Geh doch. Ich brauche mehr Leben. Wie kriege ich eigentlich mehr Leben? Weiß ich gar nicht. Gucke ich überhaupt mehr Leben? Kriege ich irgendwas? Zwei Meter eins bist du mit dabei. Groß schippelt. Vielleicht kann ich die Kissen auch immer mal essen. Okay. Ach so, warte mal. Okay. Nein, nein, nein. Das da. Das da. Das da. Oben, nach unten. Was will ich damit überhaupt? Gar nichts. Wie komme ich hier überhaupt erstmal hoch? Das ist immer die erste Frage. Das Ding kann ich wahrscheinlich nicht essen. Okay, von da nach da kann ich das transportieren. Das ist schön. Nimmt's mir nur nichts, weil ich ja da hoch muss. Äh. Ach, warte mal. Muss ich gar nicht. Ich befordere einfach den Kram da runter. Schade, als hätte ich was verpasst. So, das ist ganz sanft hier runter. Genau. Jetzt wieder weg. Hoch mit dir. Ach, warte mal. Äh. Hoch. Nochmal. Genau. Hoch. 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 Äh. Ich muss das weghalte, der Poltieren wahrscheinlich. Warte mal. Wenn ich dich habe. Genau. Nein, nein. Das. Das hätte ich gern. Genau. Einmal runter. Einmal hoch. Rechts. Und... Ach. Nochmal. Auch nochmal. Das. So, so. So. Molle ich das haben? Genau. Nein. Gehirn und Finger, bitte. Mach bitte alle mit. Äh. So, rechts. So. Habe ich den Pass bekommen. Wahnsinn. Das Ganze wieder links. Links sag ich. So, so, so. Das ist noch ein bisschen was. Okay. Immer so weiter. Und hoch mit dir. Ja. Nochmal zwei Gegenstände. Okay. Das haben wir gleich so bekommen, weil es durchgeglitscht ist. Hoch. Okay. Das war nichts. Das ist einfach so ein bisschen schräg ansetzen. Hoch. Das Pass bleibt hängen. Hm. Das ist ja doof. Na gut. Dafür ist auch eins durchgeglitscht. Fairerweise muss man sagen. Ich hoffe, ich brauche nicht alle dafür, um was zu essen. Um da durchzukommen. Und irgendwann nicht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Einmal abstoßen. Einmal. Oh Gott. Nein. Nein. Oh Gott. Ich wollte da hoch. Ja. Jo. Ja. Falsche Schaste. Äh. Okay. So. Ne. So auf jeden Fall nicht. Ich bin noch dämlich. So dämlich. Ah. Gut. So. Mist. Aber ich komme nach oben raus. Nicht besonders jetzt intelligent. Ich gebe es ja zu. So. Warte mal. Wenn ich jetzt mich hier abstoße. Klappt das. Sehr schön. Einmal hoch bitte. So. Hier kann ich bestimmt abstoßen bei euch. Ich weiß mir aber so drüber. Ich brauche nicht unbedingt. Ne. Ich bin da oben hin. Aber ich wusste es. Irgendwo muss man sich abstoßen. Um so ein Fies zu bekommen. Spring. Stoß dich ab. Bekomme das Teil da oben vor allem. Bis ich da hochkomme. Achso. Ja. Ist natürlich einfacher so. Aber die Sache ist. Du bist nicht unbedingt lila oder sowas. Das heißt. Ich kann dich auch nicht steuern. Vielleicht von hier unten nochmal. Nee. Komm ich nicht hoch genug. Da muss ich wohl doch von da drüben sein. So. Fast. Ich bekomme den. Ich bekomme den. Höchstens noch zwei Sprunge. Dann habe ich den. So. Warte mal. Jetzt. Hier. Ja. Mein Blobfreund. Sehr schön. So. Runter mit uns. Ja. Was soll ich aber noch hin? Ich bin wieder bei 3,20 Meter groß. Ach du Scheiße. Kann ich nicht essen? Das wäre natürlich geil. Nee. Ob ich kann dich zum Abschluss bringen. Ist auch gut. Äh. Ja. Warte mal. Du schießt das Bein auf mich, oder? Ja. Hihi. Gut. Krieg mir jetzt. Ich kann Autos essen. Ich bitte mal. Großgutig, den Panzer zu essen. Nee. Kann ich nicht. Aber ich komme dazu. Krieg mal hin. Moment. Erstmal dich weg. Äh. Den Stuhl noch mit essen. Jetzt kann ich den Panzer mit dabei essen, glaube ich. Nein. Immer noch nicht. Auch die Helis nicht. So. Aber so Schwester will ich. Jetzt kann ich, ich kann nicht mehr essen. Sehr schön. Fantastisch. Erstmal die Raketen hier abwarten. Irgendwann esse ich auch Häuser. Garantiert. Das ist so ein geiles Spielprinzip. Das ist so simpel eigentlich. Aber so geil. Hallo. Oh Gott. Da oben ist noch einer. Okay. Diese Raketen fliegen ja endlos. Ich bin natürlich auf dem Hintergrund. Das treffen. Und noch so ein Teil. Sehr schön. Schnell zurück. Ich bin auch wieder mal echt schnell geworden. Gut, weil ich so riesengroß bin natürlich. Ja, muss nur schnell machen. Dann kann ich mich hier abstoßen. Irgendwas aktiviert. Achso. Okay. Wo fliehe ich jetzt? Level abgeschlossen. Schön. 12.400. Ich habe einen Blob vergessen. Ich habe mich wahrscheinlich irgendwo abstoßen. Ah, die Nachrichtensende wieder. Ja. Ja, ich bin weggeflogen. Genau. Nachgestellte Szene. Zur Sonne? Ach, das ist der Plan, mich zur Sonne zu schicken. Ah, ich verstehe. Ja, das ist nicht auch so. Bis morgen. Schön. Leider nur einen Freund gefunden. Ich finde, es gibt irgendwie einen Achievement dafür, dass ich irgendwie noch mehr Freunde finde oder irgendwas. Ich weiß nicht genau. Ich spiele es ja nicht über Steam. Ich spiele es über halt normalen GOG-Download. Wunderbar. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis denn dann. Tschüss.